Hallo, ich bin's, Anna, die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Das Word Adventure Road 96 Mile Zero wird am 4. April erscheinen. Die Gigs Art stellt dieses Spiel als erzählerisches Abenteuerspiel mit musikalischen Komponenten und der emotionalen Vorgeschichte, des von der Kritik gefeierten und mehrfach ausgezeichneten Spiels, Word 96, vor. Die Spieler schlüpfen dabei abwechselnd in die Rollen von Soe und Kaito, zwei Teen-Eye-Chan mit gegensätzlichen Hintergründen und Überzeugungen. Soe stammt aus dem reichen Teil der Stadt, während Kaito in der gefährlichsten Gegend der Stadt wohnt. Ihre Unterschiede schaffen ein untrennbares Band, welches auf die Probe gestellt wird. Folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna